Meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause, wo immer oder in der Schule, an den Bildschirmen auf jeden Fall. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen zur dritten Vorlesung der Vorlesungsreihe der Steirischen Hochschulkonferenz der neuen steirischen Hochschulen mit dem Ziel, Mathematik verständlich darzustellen und zu zeigen, wo man Mathematik überall anwenden kann. Und natürlich wollen wir Ihnen zeigen, wie spannend Mathematik in der Anwendung sein kann und wir können Sie hoffentlich für die Mathematik begeistern und die jungen Schüler, Studierende motivieren, dass sie vielleicht ein Studium wählen, in dem Mathematik eine wichtige Rolle spielt. Und Sie werden im Rahmen dieser Vorlesungsreihe auch sehen, in welchen Bereichen überall Mathematik drin ist. Heute darf ich Ihnen vorstellen Herrn Professor Clemens Fellner. Er ist Professor an der Karl-Franzens-Universität am Institut für Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen. Er hat Mathematik an der TU Wien studiert, hat dort auch sein Doktorat gemacht. Und damit Sie auch sehen, wie spannend das Leben eines Mathematikers sein kann, hat er mir gerade vorher erzählt, wo er überall Forschungsaufenthalte hatte, in Frankreich, Spanien, Australien und am Schluss in Cambridge. Und seit 2011 ist er jetzt Professor an der Karl-Franzens-Universität mit dem Schwerpunkt Differenzialgleichungen und mathematische Modellierung. Es gibt sehr viele Anwendungen für die Bereiche, die ich Ihnen heute vorstellen werde, ob das jetzt organische Halbleiter sind, ob das Plasma ist oder ähnliches mehr. Aber dazu wird er Ihnen mehr berichten. Aber vielleicht bevor Professor Fellner mit seinem Vortrag beginnt. Mathematiker sind einfach vielseitig. Er ist es auch. Er spielt Fagott, interessiert sich sehr für Kunst und wendet die Mathematik auch in der Kunst an. Und es gibt dann auch immer wieder Ausstellungen dazu, dass Sie auch sehen, wie kreativ Mathematik ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß und hoffentlich viel Motivation, die Sie aus diesem Vortrag mitnehmen können. Schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Clemens Fellner und ich werde heute reden über, wie zählt man Fettsäuren? Mathematik ist die Sprache, die die Welt mit Zahlen unterlegbar macht. Mathematik ist die Sprache der Quantifizierung. Mathematik ist nicht etwas, was mit den alten Griechen oder mit Newton aufgehört hat. Das ist ein dynamisches Gebiet. Und eigentlich, wenn man ehrlich sein sollte, dann ist Mathematik die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Weil quasi alle Wissenschaften Mathematik brauchen, um sie quantifizierbar, durch Zahlen belegbar zu machen. Ein Beispiel wären so Dinge wie die Tragkraft einer Brücke. Da will man wissen, was ist die maximale Belastung, die ich zulassen kann. Oder wie viel trägt ein neu konstruiertes Flugzeug. Aber wie schaut das beim Menschen aus? Beim Menschen gibt es ja viele Dinge, die sicher nicht gut durch Zahlen belegbar sind. Die ganzen emotionalen Aspekte vor Menschen. Und doch, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, heutzutage, und eine Untersuchung mache, will der vielleicht ein Blutbild sehen. Und aus dem Blutbild, aus den Werten, die im Blutbild gemessen wurden, einen Rückschluss auf den Gesundheitszustand zu geben. In der Zukunft wird es vielleicht noch viel weiter gehen. Da gibt es vielleicht dann so etwas wie eine personalisierte Medizin, wo persönlich für einen diese Zahlen viel konkreter interpretierbar sind. Alles das braucht Mathematik. Ein Teil von diesem Aspekt ist der Fettstoffwechsel. Der Fettstoffwechsel ist absolut lebensnotwendig. Und dadurch, dass er so lebensnotwendig ist, ist er auch assoziiert mit vielen Krankheiten und auch Todesursachen. Herzinfarkte, Diabetes. Also ein ganz zentrales Element des Lebens. Und das menschliche Leben ist ja unglaublich reichhaltig. Man braucht sich ja nur vorstellen, dass pro Sekunde in einem menschlichen Körper 3,8 Millionen neue Zellen kreiert werden. Und jede dieser Zelle braucht eine umschließende Membran, damit das, was in der Zelle drinnen ist, geschützt wird. Und die Membran besteht aus einer Lipid-Doppelschicht. Und die Fettsäuren sind eine ganz wesentliche Währung von diesem Fettstoffwechsel, um das sicherzustellen, dass alle neue Zellen richtig gebildet werden. Aber wie zähle ich noch so Fettzahlen? Ich kann ja unmöglich Milliarden von individuellen Zellen nachvollziehen. Das kann ich auch mit dem besten Supercomputer nicht. Also ich brauche irgendein generelles Konzept, wie ich solche Zahlen kontrollierbar mache. Und das sind wir beim ersten Konzept dieses Vortrags. Ein Konzept, das ganz stark in der angewandten Mathematik herkommt, das Konzept einer Beschreibung durch eine dichte Funktion. Also ich zähle keine Zellen, sondern ich habe eine Funktion, die man so ungefähr ausdrückt, so und so viele Individuen pro einen gewissen Volumen will ich betrachten. In der Zellbiologie wäre eine typische Einheit für eine dichte Nanomol pro Mikroliter. Nanomol ist in der Größenordnung 10 hoch 14, Mikroliter sind 10 hoch minus 6 Liter. Also wir sehen, wir haben dann ganz interessante Zahlen, die wir schon klieren müssen. Und trotzdem geht das gut. Wenn ich jedoch diesem Konzept einer Dichtefunktion folge, dann habe ich sofort die anschließende Frage, wie schaut dann ein Bildungsgesetz für diese dichte Funktionen aus? Wie ändern sich diese in der Zeit? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns genau überlegen, was wollen wir uns eigentlich genauer anschauen? Was wollen wir verstehen? Was wollen wir beschreiben? Und Organismen speichern Fettsäuren in der Form von sogenannten Triglyceriden. Und diese Triglyceride sammeln sich als großer Fetttropfen in speziellen Zellen. In so Lipidtropfen. Ein Triglycerid heißt Triglycerid, weil es zu einem Stück Glycerin, das ist das, was da hier drinnen steht, drei Fettsäuren dran klebt. Biochemisch ist es nicht ganz genau, weil es eigentlich Asylgruppen sind, aber für unseren Vortrag sind es die Fettsäuren. Also Triglyceride bestehen aus drei Fettsäuren und einem Glycerin, das zusammenhält. Sollten nur zwei Fettsäuren an das Glycerin angehängt sein, spricht man vor ein Diglycerid. Sollte nur noch eine Fettsäure angehängt sein, vor ein Monoglycerid. Wenn jetzt der Körper Fett freigeben muss, das ist die sogenannte Lipolyse, die das beschreibt, dann gibt es eine Kaskade, wo zuerst die Triglyceride eine Fettsäure abgeben und ein Diglycerid übrig bleibt. Dieses Diglycerid gibt noch eine Fettsäure ab und es bleibt ein Monoglycerid übrig. Und dieses Monoglycerid gibt seine letzte Fettsäure ab und es bleibt das Glycerin sozusagen als Rest übrig. Fettsäuren und Glycerin, alle diese Stoffe gehen ins Blut und stehen dann dem Körper zur Verfügung. Dieser Prozess selber ist ein ganz zentraler Prozess und wird beschrieben durch Enzyme. Enzyme sind die Magie des Lebens. Ohne Enzyme könnte kein Lebewesen funktionieren, weil Enzyme etwas ermöglichen, ohne sich selbst dabei zu verbrauchen. Das erste Reaktionsschritt hier macht im Wesentlichen ein Enzym, das nennen sie ATGL, dann gibt es ein zweites Enzym, das nennen sie HSL und ein drittes NGL. Es gibt viele, viele Enzyme im Körper, die aktiv sind und die ganz zentrale Elemente des Lebens per se sind. Wie die Zyme diskatalysieren, kann man dann wieder versuchen zu beschreiben. Und da sind wir jetzt ungefähr 100 Jahre in der Vergangenheit bei einer sogenannten Michaelis-Menten-Kinetik. Die geht zurück auf einen Leonor Michaelis und einer Mod-Mentum 1913. Und die waren die ersten, die sozusagen sauber hergeleitet haben, wie sich Reaktionen verhalten, die durch Enzyme katalysiert werden. Victor Henry hat das schon vorher auch verstanden, aber das war sozusagen namensgebend worden, dann Michaelis und Menten dafür. Was man hier sieht, ist die zeitliche Änderung vor einem Zustand und das ist die Dichte der Triglyceride und hier die entsprechende Funktion, die die zeitliche Änderung beschreibt. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist ein mathematisches Modell, das sich über 100 Jahren in der Biologie unglaublich bewährt hat. Mathematisch ist es eine sogenannte Differenzialgleichung, weil sie zeitliche Änderung mit der Größe eines Zustands verknüpft. Differenzialgleichungen sind heutzutage nicht mehr Thema in einer Schule, sondern auf der Universität. Früher war das auch noch teilweise in der Schule vorhanden. Und Differenzialgleichungen sind mit das wichtigste mathematische Werkzeug, um die Realität, um das tägliche Leben, um die Technik, um die Zukunftsthemen zu beschreiben. Was sagt jetzt konkret Michaelis-Menten, also die Michaelis-Menten-Kinetik für enzymkatalysierte Reaktionen voraus? Wenn man sich diese Funktionsvorschrift anschaut, dann ist es eine Konstante mal der Dichtefunktion dividiert durch eine andere Konstante plus der Dichtefunktion. Die Funktion hat ungefähr so einen Verlauf, wie hier skizziert. Sollte die Dichte einen sehr großen Wert haben, dann kann man diesen Wert hier im Wesentlichen vergessen, dann kürzt sich die Dichtefunktion durch und es bleibt, dass die Geschwindigkeit im Wesentlichen eine Konstante ist. Biochemisch stellt man sich jetzt vor, dass da das Enzym limitierend ist. Das bedeutet, alle Enzyme, die mir zur Verfügung stehen, sind in Verwendung und ob ich jetzt mehr Substrat habe, also mehr Dinge, die das Enzym abarbeiten soll, spielt keine Rolle, weil jedes einzige Enzymmolekulier ständig aktiv ist, die Reaktion zu machen und dann wieder seine nächste und dann wieder seine nächste und wieder seine nächste. In diesem Bereich ist die Funktion im Wesentlichen linear. Da ist die Dichtefunktion hat einen kleinen Wert, das heißt, ich kann eigentlich diesen Term im Vergleich zu der Konstante vernachlässigen und habe dann einfach nur eine lineare Funktion wie hier. Da ist das Substrat limitierend. Da habe ich viele Enzymmoleküle, die eigentlich nichts zu tun haben und würde ich ihnen was zu tun geben, würde ich mehr Produkt kriegen. Das ist so einfach interpretierbar und so intuitiv, dass in der Biochemie ständig verwendet wurde, aber die Herleitung von dieser Kinetik gilt leider nicht für Lipidtropfen, also genau für die Situation, die wir betrachten wollen. Und da sind wir jetzt bei der Mathematik der Gegenwart. Im Wesentlichen, was ich jetzt erzähle, ist intern sozusagen schon etabliert, aber noch nicht einmal wirklich veröffentlicht in Fachzeitschriften und es geht um eine Idee, wie man enzymkatalysierte Reaktionen auf der Oberfläche von so Lipidtropfen beschreiben kann. Ich habe hier eine kurze Skizze gemacht, also ein Lipidtropfen habe ich hier quasi als Kugel gezeichnet, eigentlich nur als den Querschnitt einer Kugel und es ist bekannt, dass das Enzym, zum Beispiel das ATGL, das vermutlich das wichtigste Enzym in dieser Kaskade ist, nur auf der Oberfläche von diesen Lipidtropfen existiert. In der Welt zwischen Fett, was innen ist, und Wasser, was außen ist. Fett und Wasser mischen sich ja nicht. Das heißt, ich brauche da eine Oberflächenschicht aus sogenannten Phospholipiden, die mir die Verknüpfung zwischen Wasser und Fett überhaupt ermöglichen. Und das dritte Konzept von dieser Vorlesung ist, die Mathematik als eine Methode, die herleiten kann, wie ich jetzt auf so Oberflächenenzyme arbeiten lassen kann. Das ist jetzt zu detailreich, um das in der Zeit vorzustellen. Ich will stattdessen nur ein einziges Bild sozusagen zeigen, das tatsächlich aus der aktuellen Forschungsarbeit kommt. Da sieht man auch, dass zum Beispiel hier der österreichische Forschungsfonds als Sponsor aufgetreten ist. Alle diese Punkte, die man hier sieht, diese Sterndal da, das sind tatsächliche Messdaten von biochemischen Experimenten. Und das Modell versucht, die möglichst genau nachvollziehbar zu machen. Das Modell besteht aus einer Reihe von Gleichungen. Und alles, was ich sagen will, ist, dieser Anteil hier, ohne den jetzt genauer zu interpretieren, der ermöglicht sozusagen eine Interpretation, dass hier ein Enzym nur auf der Oberfläche von diesen Lipidtröpfchen arbeiten. Und das ist etwas, was so vorher noch nie in der Literatur und in der Wissenschaft ausformuliert wurde. Das finde ich persönlich als eine super spannende Sache, wenn man der Erste ist, der etwas Neues schafft. Es führt uns aber auch zum vierten Konzept in dieser Vorlesung, die sogenannten inversen Methoden, weil das Modell, das man hier sieht, das versucht, diese Messdaten nachvollziehbar zu machen, mit diesem Modell kann ich dann auch Parameter, also das sind Kennzahlen der Reaktionen, die beteiligt sind, Parameter kann ich daraus identifizieren. In der Mathematik heißt es eine sogenannte inverse Methode und das ist eine lustige Sache dahingehend, dass inverse Methode sind eigentlich das Lösen von Problemen, die im traditionellen Sinn keine Lösung haben. Das heißt, man muss einen Lösungsbegriff irgendwie erweitern, anpassen an dem Problem und auf diese Ort und Weise kriege ich dann eine Bestimmung von Kennzahlen für biochemische Parameter, für biochemische Reaktionen, die ich so aus Experimenten einfach nicht ablesen könnte. Also in der mathematischen Modellierung gelingt es, ein mathematisches Modell und biochemische Experimente zu verknüpfen, um daraus sozusagen eine Summeninformation in der Form von Kennzahlen von Reaktionen herzuleiten. Diese inversen Methoden sind unglaublich wichtig und werden ständig verwendet. Jedes Mal, wenn man im Krankenhaus ein CT-Bild oder ein R-Bild sozusagen hat, dann muss da zuerst die Messdaten übersetzt werden in ein Bild, das dann interpretierbar ist für einen Arzt. Das geht mit inversen Methoden. Und das Abschlitze-Konzept, das ich diskutieren will, ist die Rückmeldung dann an die Biochemie. Mit diesen Parametern gelingt es uns jetzt, Fragen zu beenden, die sozusagen direkt experimentell nicht zugänglich sind. Ich habe ein Beispiel hier genannt. HTGL, diese Lipase, von der vermutet wird, dass es der Schlüssel ist für diesen Prozess der Lipolyse, hat erstaunlicherweise mehrere Funktionen. Das ist für Enzyme gar nicht so oft. Enzyme sind oft sehr spezifisch, was sie tun sollen. Wir haben schon kennengelernt, dass HTGL eine Fettsäure von Triglyceriden abspaltet und dann halt ein Diglycerid übrig lässt. ATL kann aber auch von den Diglyceriden noch eine Fettsäure abspalten und dann Monoglyceride machen. Aber wenn ATGL jetzt zwei Diglyceride hernimmt, dann schafft sie es, eine Fettsäure von einem Diglycerid auf das andere hinüberzuschmeißen. Also ein Diglycerid wird dann wieder ein volles Triglycerid mit drei Fettsäuren, während das andere Diglycerid eine Fettsäure verliert und zum Monoglycerid wird. Das ist in einem gewissen Sinn eigentlich genau das Umgekehrte, was ATGL macht. Das ist irgendwie ein halber Rückwärtsprozess. Zuerst mache ich aus Triglyceriden Diglyceride und dann mache ich zumindest aus zwei Diglyceriden wieder ein Triglycerid. Das ist so 50% Feedback, wenn das wirklich funktioniert. Beide Funktionen von ATGL, die hier oder alle drei eigentlich diskizziert sind, lassen sie experimentell überhaupt nicht trennen. Also ich kann experimentell nicht unterscheiden, wie groß der Anteil von der einen und der anderen ist. Dafür brauche ich eben diese Methoden. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Frage zu beantworten, ist diese Zusatzfunktion von ATGL, gerade diese eine Funktion hier, ist die einfach ein zufälliges Nebenprodukt? Hat sich das Enzym ATGL in der Evolution einfach so entwickelt, dass es das zufälligerweise auch kann und ist vielleicht nicht weiter relevant für die Realität des Lebens? Oder hat sich das evolutionär gezielt in die Richtung entwickelt? Will ATGL diese unvollständige Feedback-Funktion dabei haben und hat das irgendwo physiologische Bedeutung? Und das ist die Frage, die wir vielleicht in den nächsten Jahren beantworten können. Das war die Geschichte, wie man Fettsäuren zählt. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es inspiriert, weitere Fragen zu stellen. Die Fragen, die würde ich gerne jetzt beantworten. Bitte so viele wie möglich und sonst einfach einmal vorbeischauen auf der Uni. Wir machen viele spannende Dinge. Ja, herzlichen Dank, Herr Fellner, für den wirklich spannenden Vortrag, für den Einblick, einerseits den biochemischen Prozess sehr anschaulich zu beschreiben und dann aber zu zeigen, damit man das wirklich verstehen kann, was man experimentell beobachtet, brauche ich dazu das mathematische Modell. Und meine Damen und Herren zu Hause, Sie sind jetzt herzlich eingeladen, im Chat Fragen an Herrn Fellner zu stellen. Er wird auch schwierige Fragen beantworten können, davon bin ich überzeugt. Aber vielleicht, bis die erste Frage reinkommt, gleich einmal, Sie haben das mit dieser Oberfläche gezeigt. Warum funktioniert dann diese Michaelis-Menten-Kinetik nicht dort auch? Was kann man da aus den Experimenten und der mathematischen Modellierung herleiten? Das ist im Wesentlichen eine Frage der Geometrie. Also für die Herleitung von Michaelis-Menten braucht man ein Grundverständnis, dass man quasi in einer frei bewegbaren, dreidimensionalen Welt lebt. Also ich brauche die Teilnehmer, die sich treffen wollen, also das Substrat und das Enzym, brauche ich in einer dreidimensionalen Welt, die sie von allen Richtungen treffen können. Sobald ich jetzt ein Enzym auf einer Oberfläche, also auf einer zweidimensionalen Oberfläche einschränke, dann habe ich nicht mehr die gleichen Freiheitsgrade der Bewegung. Und dadurch gilt eigentlich der theoretische Unterbau für das Michaelis-Menten nicht. Also ich kann das Modell Michaelis-Menten dafür schon verwenden, aber eigentlich bedeutet das eine Uminterpretierung. Ich interpretiere es dahingegen um, dass diese Tropfen überhaupt nicht existieren, sondern quasi aufgelöst sein in einer riesengroßen Suppe von Zutaten. So, und wenn man das jetzt aber sagt, okay, funktioniert nicht, ist ja schade um dieses so schön einfache Modell. Da muss man auf komplexere Methoden zurückgreifen und man braucht ein Modell, das die Mathematik oder ein mathematisches Modell, das diese Situation beschreibt. Können Sie uns ein paar Ideen vermitteln, wie so ein Modell da ausschauen könnte, wie komplex das Ganze wird? Wir haben Sie auf der einen Folie ein bisschen was davon gesehen? Also ein Modell ist nie die exakte Realität, sondern einfach soll es immer nur ein hinreichend einfach und hinreichend genaue Beschreibung der Realität sein. Und unsere Philosophie, um das hinreichend genau zu beschreiben, war, dass das ATGL quasi eine sehr dünne Schicht auf so einen Tropfen liefert. Also ATGL ist in der Größenordnung von 4 Nanometer. Solche Tropfen sind deutlich größer und dann kann man sozusagen ein Größenverhältnis zwischen einer so Art Schichtdicke, wo Dinge passieren und den Rest dieser Fettzelle finden. Und das erlaubt dann mathematische Methoden der Approximationstheorie anzuwerfen. Und auf die Art und Weise haben wir diesen einen Korrekturterm in diesen Gleichungen dazugenommen, der es jetzt irgendwie schafft, die klassische Michaelis-Menten-Kinetik zu übertragen auf diese spezielle geometrische Situation. So, jetzt haben Sie geschildert diesen Prozess. Das macht ja nicht alleinig der Mathematik. Und das macht ja dann die Anwendung so spannend, dass man dann mit verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeitet. Und wie wir jetzt gesehen haben, hat Herr Fellner ja auch einiges an Biochemie lernen müssen, bevor er das mathematische Modell überhaupt anwenden kann. Und man braucht als Mathematiker dazu ein gewisses Fachverständnis. Aber das macht ja gerade die Anwendung spannend. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen oder Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten, wie man dann zu einem Modell kommt, wie man das validiert, wie man es interpretiert? Also das Interesse an anderen Wissenschaften, das war auf jeden Fall immer eine Motivation für mich, also in diesem Bereich der angewandten Mathematik zu arbeiten. Obwohl sozusagen irgendwie ich kein Propagandist der angewandten Mathematik per se bin. Aber ich war einfach immer neugierig, wenn es um andere Naturwissenschaften geht. Und es stimmt, es ist da immer eine gewisse Asymmetrie. Also ich kann als Mathematiker relativ schnell Biochemie dazulernen, zumindest bis zu einem Grad, wo ich das Wesentliche verstanden habe, das ich für ein mathematisches Modell extrahieren muss. Umgekehrt ist es de facto unmöglich, sozusagen jetzt ein Biochemiker, die mathematischen Methoden zu kommunizieren, die wir zum Beispiel verwendet haben, um dieses Modell herzuleiten, das auf den Proteinschichten auf Oberflächen sozusagen. Das sind ungefähr 30 Seiten relativ intensive mathematische Abschätzungen und Berechnungen. Das kann ich mit einem Biochemiker nie durchdiskutieren in der Teil. Das heißt, man hat als Mathematiker eigentlich einen Großteil Verantwortung, sozusagen für die Kommunikation, das in der Praxis funktioniert. Man muss eine gemeinsame Sprache finden, aber die Art und Weise, wie sich die gemeinsame Sprache ausformuliert, ist asymmetrisch, schließlich Mathematik und Anwendungen. Und das macht die Mathematik für mich nur doppelt und dreifach so spannend, weil ich sozusagen einfach viel mehr von anderen Disziplinen wie Kriege als umgekehrt sage ich einmal so. Diese Aussage heißt ja ganz im Klartext, Mathematik ist bei Gott keine trockene Wissenschaft, sondern gerade in der Anwendung erschließen sich neue Dimensionen, die das Ganze spannend machen. Natürlich brauche ich im Hintergrund das entsprechende Rüstzeug, so wie Sie es auch geschildert haben, um dann das entsprechende Modell oder ein Modell einmal herzuleiten, aufzustellen, das dann auch für den jetzt Anwender wieder auch plausibel ist. Und da sind wir ja schon beim inversen Problem, das Sie am Schluss angeschnitten haben. Da kommen dann gewisse Parameter zum Beispiel für einen Prozess heraus. Wie geht man da um mit den Fachexperten? Können die das dann weiter einsetzen oder setzt man das in Simulationen ein? Wie verarbeitet man dieses gewonnene Wissen weiter? Das ist sicher ein ständiger Diskussionsprozess. Also mathematische Methoden haben ja keine intrinsische Intuition, was stimmt und was nicht stimmen kann. Und inverse Methoden sind sehr sensible, man muss da sehr vorsichtig damit umgehen. Man darf denen auch nicht sofort alles glauben, was sie einem vorher sagen. Und insofern braucht man, gerade was die Ergebnisse betrifft, immer ein kritisches Feedback von den Anwender. Ich gehe dann her und sage denen, ja schau, also die Modellierung würde im Moment vorhersagen, dass sie das so und so verhält, kann das realistisch sein. Oder deutet es eher darauf hin, dass das mathematische Modell ungenügend ist und die Realität nicht gut genug beschreibt, um diese Rückschlüsse ziehen zu können. Und so wird mathematische Modellierung eigentlich ein ständiger iterativer Prozess. Also man kann nie sagen, jetzt habe ich das Modell und jetzt ändert sich nichts mehr in meinem Verständnis. Ein Modell ist einfach nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Quantenmechanik von so Enzymen ist viel zu kompliziert, um das irgendwie auch nur annähernd präzise fassen zu können. Und jedes Modell muss eine ganz gewaltige Vereinfachung der Realität sein, aber halt hinreichend gut, um genau das zu verstehen, was ich noch nicht verstehe. Das ist die Kunst der Modellierung und die gelingt nur in einem aktiven und ständigen Dialog sozusagen mit den entsprechenden Fachexperten. Ja, ich glaube wir haben, oder Herr Fellner hat Ihnen jetzt schon gezeigt, wie spannend Mathematik ist, von einem einfachen Michaelis-Menten-Modell ausgehend, wie heute Naturwissenschaft funktioniert, wie viele andere Wissenschaften funktionieren. Und da ist die Mathematik einfach die spannende Wissenschaft und wahrscheinlich eine der wesentlichen Wissenschaften des 21. Jahrhunderts, wie Herr Fellner das ja auch einleitend gesagt hat. Ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt mit diesem Vortrag, mit dieser kurzen Vorlesung zeigen wieder und Begeisterung wecken für Mathematik. Weil eines steht auch fest, jetzt ist es schon ein äußerst komplexes Modell, das wir gesehen haben. Aber da ist noch viel Platz für viele junge Forscher, die sich vielleicht für ein Mathematikstudium oder für ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden wollen. Da hoffen wir ein paar Anregungen gegeben zu haben. Die steirischen Hochschulen haben tolle Möglichkeiten für derartige Studien, wo immer Sie hier andocken möchten. Und auch meine Einladung an Lehrerinnen und Lehrer. Nutzen Sie auch diese Vorträge dazu, vielleicht einmal in einer Lehrveranstaltung für Schüler knapp vor der Matura, um zu zeigen, Mathematik ist einfach eine tolle und spannende Wissenschaft und Mathematik ist auch schaffbar. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, Herr Fellner, vielen Dank für Ihren Vortrag und vielen Dank für das Zuhören. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.